Ein schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich will heute mal ein kleines, aber doch großes Thema aufgreifen. Klein, weil es um die Kommunen geht. Der Zeitgeist und die linke Ideologie und der Aktivismus, der unser Land wirklich voll ergriffen hat, der zieht in die Rathäuser ein und erobert die Büros der Bürgermeister. Das Framing, mit dem wir als Bürger, als Steuerzahler, als Sparer sozusagen zurecht gebogen und konditioniert werden sollen, um doch in den Zeitgeist zu passen, wenn wir da noch nicht drin sind. Das nimmt zu und das hat die kleinste politische Ebene im Land erreicht. Ich will Ihnen zwei Beispiele nennen, zwei Megathemen. Der eine ist das bunte Land, die Migration und der Kampf gegen Rechts und der Kampf gegen den Rassismus. Rödelheim hat sich als Stadtteil bei Frankfurt mit Straßenschildern dazu bekannt, gegen den Rassismus zu kämpfen. Wir sehen, dass Trier mit Plakaten für ein buntes Trier wirbt und sagt, gemeinsam kämpfen wir gegen Rechts. Dann haben wir das Beispiel, Gotha ist bunt. Auch hier geht es darum, ein Zeichen gegen Nazis zu setzen. Wie man das sagt, das sind ja inzwischen fast alle, die rechts von der CDU stehen, auch wenn sie einfach nur wertekonservative Menschen sind und für den Rechtsstaat eintreten und gegen die Auflösung unseres Nationalstaates. Dann haben wir die Stadt Osnabrück, die internationale Wochen gegen den Rassismus ausruft. Wir haben natürlich Berlin, das schickt seine Bären in den Kampf gegen rechts, wie wir hier sehen in diesem Screenshot. Wir haben den Landkreis Vorpommern-Greifswald, der sagt, er ist kein Ort für Nazis. Auch dort wird das herausposaunt. Und dann haben wir das zweite Megathema nach dem Rassismus, nämlich den Klimaschutz, der ja bei uns schon lange zu einer politischen Religion geworden ist und der uns jeden Tag gepredigt wird. Konstanz war die erste Stadt in Deutschland, die erklärt hat, wir haben jetzt einen Klimanotstand. Jeder Beschluss, der im Rathaus oder im Stadtrat gefasst wird, wird auf den Prüfstand gestellt, ob er den ökologischen Fußabdruck der Stadt verändert. Heidelberg ist schnell in den Fußstapfen von Konstanz gefolgt. Der Rat der Stadt Kleve hat dann eine Resolution einstimmig beschlossen, diesem Beispiel zu folgen und auch den Klimanotstand auszurufen. Und dann haben wir hier auch die Stadt Lippstadt. Und hier sehen wir an diesem Screenshot, das gibt natürlich jedes Mal bei einem solchen Beschluss Politiker, Beamte, Bürgermeister, die sich zu profilieren versuchen, die dann für die Galerie ausrufen. Ja, ich habe da teilgenommen, ich habe da mit abgestimmt. Ich kämpfe auch gegen den Klimanotstand. So oft wie möglich wird das ja herausposaunt im Rahmen des Zeitgeistes. So, das jüngste Beispiel konnte man heute Morgen, ich habe das nicht gemacht, ich gucke mir das nicht an, im ZDF Morgenmagazin gesehen, der Oberbürgermeister von Düsseldorf, Thomas Geisel, der sich zuversichtlich gegeben hat, dass sein Stadtrat heute auch diesen Beschluss fassen wird. Wenn man sich aber mit dem Thema mal intensiver befasst und das gründlich durchgoogelt, dann sieht man viele Kommunen, die machen das eben nicht. Die rufen nicht den Klimanotstand aus. Die sind nicht der Meinung, dass sie das für die Galerie rausposaunen müssen. Viele sagen, wir machen schon lange etwas, wir wollen auch noch mehr tun als bisher. Wir hängen das aber nicht an die große Glocke, sondern wir tun es einfach. Und bei kleinen Zeitungen, im Unterschied zum Mainstream, zu den großen Zeitungen, Zeitschriften und den TV-Anstalten, dem Zwangs-TV, sieht man, dass es da auch durchaus kritische Positionen gibt. Zum Beispiel hier beim Schwäbischen Tagblatt, die fragen ganz klar, was bringt der Klimanotstand eigentlich? Und die machen genau auf diesen Sachverhalt aufmerksam, dass es viele Städte gibt, die tun was, die müssen das aber nicht so rausposaunen, um dafür oder um damit politische Punkte zu sammeln. Und man hat langsam das Gefühl, das drückt hier dieser Twitter-User aus, ich habe es auch, dass der Klimanotstand heute das ist, was in den 80er Jahren mal die atomwaffenfreien Zonen waren. Ein politisches Statement von Kommunen, die damit politische Punkte sammeln, sich in den Zeitgeist einreihen, aber letztlich nicht allzu viel bewegen können. Wir wissen ja, Deutschlands Anteil am weltweiten CO2-Ausstoß ist so bei zwei bis drei Prozent. Und ich habe meine Zweifel, dass wir mit dieser Zahl viel machen könnten. Man könnte zum Beispiel mal, und das spielt in der Diskussion ja gar keine Rolle, überlegen, ob man das viele Geld, das man investieren will, nicht dort investiert, wo es mehr Effekt hat als in Deutschland, durch gemeinsame internationale Projekte. Und eine Bewegung, die sich als weltoffen und tolerant versteht und alle Grenzen auflösen will, die müsste das eigentlich auch verstehen. Und dann möchte ich hier ein kleines privates Statement sozusagen noch abgeben. Ich bin seit 32 Jahren Journalist. Zwei Drittel dieser beruflichen Zeit habe ich zu Hause im Büro gearbeitet. Ich bin in kein Großraumbüro, in keine Sende, in kein Sendekomplex gefahren. Ich habe ungefähr 400.000 Kilometer in dieser Zeit nicht gefahren. Das heißt, mein ökologischer Fußabdruck ist zumindest nicht so groß, dass ich ein ganz schlechtes Gewissen haben muss. Ich nehme das Thema aber trotzdem im Ernst. Und deswegen schließe ich mich dem Aufruf oder dem Ruf von Stefan Slaby hier auf auf Twitter. Ich zitiere ihn mal. Es wird Zeit für einen Aufruf an alle Sightseeing-Touristen. Meidet systematisch Städte im Klimanotstand und helft damit, deren CO2-Bilanz zu verbessern. Und dann geht's weiter. Und dann geht's weiter.